Wie war die Arbeit? Meine Arbeit war genau wie jeden Tag. Hallo. Ruf das Abramowitz-Mädchen an. Fühl sie doch endlich am Wochenende aus. Sie hat geheiratet. Es ist zehn Jahre her. Sie hat drei Kinder. Lass sie dir nicht wegschnappen. Die sollen repariert werden. Gut. Ich brauche die heute Abend. Wahnsinn. Ich bin eine Frau. Bin ich nicht. Ich kann sein, wer ich will. Schön. Ich will die Schuhe für Emiliano abgeben. Hier. Für Sie. Vielen Dank. Oh, das soll ein Witz sein, oder? Komm zu mir. Du meinst, ich soll da rein zu dir? Ja. Oh, ja. Was? Ich kann das nicht tun. Wenn du alles tun könntest, was du schon immer tun wolltest, was würdest du machen? Mit deinem Vater zu Abend essen. Ich habe deinem Papa oft gesagt, verkauf den Kram. Er bringt noch Geld. Aber der konnte ja keine Schraube wegwerfen. Außer seine Familie. Hallo, Paps. Ephraim? Hallo, Sarah. Ich habe dich so vermisst. Jetzt bin ich da. Ich bin besorgt. Was ist hier los? Dein Geschäft ist meistens geschlossen. Du verhältst dich wie ein Irrer. Der Rest bräugt, wenn der Job erledigt ist. Was zur Hölle? Ich bin nicht blind, Max. Ich weiß, was abgeht. So etwas hast du noch nie im Leben gesehen. Das kannst du mir glauben. Was geht denn hier? Es ist ein Privileg, in den Schuhen eines anderen zu laufen. Aber damit trägst du auch die Verantwortung. Welche Schuhgröße haben Sie? Was? Ah!